Kochen mit Induktion von Dubehorst 1 Heute geht es mal um Induktionsöfen. Wie ihr wisst, kann man für einen Induktionsherd eigentlich nur Töpfe verwenden, die Metallböden haben, die von einem Magneten angezogen werden können. Da es früher noch keine Induktionsöfen gab, waren auch die meisten Töpfe noch nicht magnetisch. Hier möchte ich Euch in meinem kleinen Video mal zeigen, wie man auch noch Töpfe auf Induktionsherden verwenden kann, die sich normalerweise nicht verwenden lassen. Außerdem will ich Euch noch etwas über die Vorteile eines Induktionsherdes erzählen. Mache den Topf halbvoll und stelle ihn hier auf meinen Induktionsherd. Schalte den Herd ein, gehe hier auf die stärkste Stufe und in einer schon kurzen Zeit fängt das Wasser an zu kochen. So, jetzt habe ich meinen Topf mal mit Milch gefüllt. Schalte wieder auf die stärkste Stufe. In kurzer Zeit kocht die Milch bis zum Rand. Durch das Rückschalten der Leistung kann ich das Überkochen verhindern. Ich kann jetzt meinen Induktionsherd so einstellen, dass die Milch weiter kocht, aber nicht überkocht, was mit einem herkömmlichen Herd gar nicht möglich wäre, da die Herdplatte gar nicht so schnell abkühlen würde. Bei den Induktionsplatten bleibt ja die Platte kalt und es wird durch magnetische Felder nur der Kochtopf erhitzt. Um zu prüfen, ob die Kochtöpfe für Induktion geeignet sind, gibt es hier auch einen Testmagneten. Wenn der Magnet am Kochtopf haftet, weiß man, dass er für Induktion geeignet ist. Man kann auch einen ganz normalen Magneten nehmen und damit prüfen, ob er für Induktion geeignet ist oder nicht. Hier habe ich jetzt einen Topf, der normalerweise nicht für Induktion geeignet ist. Der Magnet haftet nicht. Ebenso der Testmagnet, auch er haftet nicht. So, nun will ich euch zeigen, wie man auch normale, nicht-magnetische Töpfe für Induktion verwenden kann. Hier nun eine Bratpfanne, die für Induktion geeignet ist. Ich stelle jetzt die Bratpfanne auf den Induktionsherd, fülle in den nicht-magnetischen Topf Wasser ein und jetzt stelle ich diesen Topf in die Bratpfanne. Stelle meinen Induktionsherd an, gehe wieder auf die höchste Stufe und auch hier fängt das Wasser langsam an zu kochen. Wie man also sieht, ist es auch möglich, die nicht-magnetischen Töpfe auf Induktionsplatten zu verwenden. Nimmt man während des Kochens den Topf oder Pfanne von der Platte, so wird sie automatisch ausgeschaltet. Es kann also keine Platte ohne Kochtopf eingeschaltet werden. Hier möchte ich euch nochmal zeigen, dass die Platte auch während des Kochens kalt bleibt. Außerdem habe ich noch die Möglichkeit, hier eine Schaltuhr einzustellen, die nach der vorgegebenen Zeit die Platte ausschaltet. Schaltuhr und Schaltuhr die Platte mit dem